Ich nehme mal Toon Link. Warte. Ach, die kannst du personalisieren. Weißt du? Hm. Das sind dann die Moves, die wir dann vor uns freigeschalten haben. Hm. So, ja. Hm. Eigentlich von uns noch 40.000. Eigentlich schon. Komisch. Oh, mittel. Oh, Entschuldigung. Ja, Bosa-Ram vergleiche ich übrigens lahm. Der ist jetzt so schnell. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Nein. Ah. Und Hut. Ja. Stimmt. Die Dinger sind eigentlich schon wieder dafür da, dass du nicht an einer Stelle stehen wärst. Na. Oh. Bin ich denn? Gut, dann gefallen bist du. Ne wie ich. Nein. Waaah. Müssen wir nochmal an den Laden gucken. Ob was neu drin ist? Scheiß. Dings. Was ist? Ich hasse diese Blitze. Weißt du, sie kommt da oder welche? Ja, ich... Die kommt da heute einiges Gefühl mit mir drin. Du kannst noch ruhig über die Schnauze reden, ne? Ja, ist ja gut, Mann. Boah. Ich bin hochkonzentriert. Merkt man. Merkt man. Ich weiß, das sind schon 97 Viewer. Also, äh, Viewer hier oben. Follower. Mhm. Und irgendwas mehr? Panthano! Oh, cool, Panthano. Und noch Kirby. Ist das da neben? Ein Pigment, ne? Neben Panthano? Äh... Moro-Räuter? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ob es nur eine Wache oder sowas ist. Oh, wir haben zwei Zuschauer. Ja, der eine bin ich bestimmt davon. Ja, das ist klar. Aha. Schön. Oh Gott. Das machen wir doch jetzt aber nicht, oder? Was? Das ist das komische Schlepp und ne? Nö. Gut. Ich kann jetzt erstmal hier 35.000 in... Dings raus. In Trofänrausch raus. So. Bereit raus! Ah, das ist ein bisschen der erste. Du musst aufpassen, oben links diese Balken... Oh! Sobald der voll ist, kommt die Dinger runter. Ach so! So. Boah! Danke! Hab ich dich rausgeschmissen? Tut mir leid! Das war irgendwie so eine Mischung aus allem. Ich hab einfach nur diese Münzen gesehen und drauf losgeklopft. Boah, nein! Nein, nein! Konsol! Hä? Hä? Ich war doch gerade auf der Plattform! Was ist denn los? Was ist denn los? Ja. Boah! Boah! Ich stehe natürlich total blöd hier in der Kante. Boah! Deswegen, diese Teile hier, diese... diese... diese Bäden, die bringen halt extra Punkte. Und wie du die triffst, umso mehr Profil kommen da scheinbar, und umso schaufe kommen die. Zischhörne! wir sind ja schon relativ gut wir haben schon drei stoffen Dein Ausrüstungsgegenstand. Du musst dich richtig mit deinem Smash treffen. Mit dem Smash? Nein, der Ausrüstungsgegenstand ist von der Fall. Oh, und der Flugtuning. Erst flog der Ausrüstungsgegenstand, dann flog ich. So, in etwa. Oh, Fußball? Fußball? Hört viel schneller, was das andere ist. Das war jetzt ordentlich. No? Tiger? Den haben wir ja schon. Goldini! Goldini! Aha! Also du musst hier... Am besten wird am aufgeladensten Match treffen, die Kisten. Umso mehr Punkte kriegst du dann. Scheinbar. Dann müssen wir mal gucken. Weil ich klopf dich dann immer irgendwie mit weg. Das ist halt scheiße. Dem sorgst du das. Ja, hier stehst du aber auch schnell, ne? Nein, siehst du auch? Genau. Du musst halt... Du musst halt nicht runterfallen, ja. Das auch. Du musst halt aufladen. Nein! Oh! So ein Dreck! Das wollte ich hier... Warte! Pass auf! Ne, warte mal! Da geht los! Hier, so 3000 Punkte habe ich es gerade gemacht damit. Aha. Oh 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 oh! Mach die hochisch hoch. Ist aber wieder da. Halt warte, lass mich wieder rüber. Irgendwie. Komm schon rein. Was versuchst du rein? Nein, nein, nein! Ich war zu weit weg. Nein! Es ist halt dieses am Rand rumgegummelt. Ja, was willst du denn sonst machen? Dann will ich halt ohne. Also wenn ihr Tipps habt, könnt ihr das gerne... Ups, oder? Schreiben. Danke. Geht los. Oh nein! Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Dass Joschi sich aber auch nicht retten kann. Das ist halt total doof. Was geil ist, wenn Joschi in diesem Ei ist, kann er die Bomben runter schübsen. Das ist so schön. Dann schiebt er die runter, das ist richtig geil. Okay, wir haben glaube ich eben für den letzten von Sonics. Guck mal, wir haben Trankoran. WTF wo? Unter Sonic. Cool. Ist geil. Bestimmt der letzte aus Kanto. Bestimmt. Da hatten wir uns ja nicht mehr viel gefehlt. Und noch ein Kirby. Noch ein Kirby hier. Pico... Kann ich nicht mehr. Oh, hier, Doktor... Ne. Doktor Red, ne. Ich war grad bei Ryan. Oh, das ist ein anderer. Boah. Der Jet ist bestimmt der letzte von den Sonic Typen. Bestimmt. Ich hab schon das da komplett als... als 2 Stunden Video auf meinem Kanal hochgefunden. Also je nachdem, wie lange wir jetzt brauchen. Hm. Bis wir die 32.000 jetzt noch da haben. Bis ciao. Jetzt atmess bloß mal weg. Huh. Vorsicht! Blitz heil! Blitzheil. Blitzhné. Das josh tat so cool. Oh! Vorsicht! líckung. Sorry. Komm schon. Ausrüstung geschehen schon. Sehr gut. Wenn es auch noch ist, hieß das. Das ist nergisch. Weil irgendwas ist das ja immer. Oh nein! Das ist cool! Verdammt! Komm zurück, komm zurück! Oh! Sekt! Ja! Schön! Ich hab dich bei mir nicht gesehen! Spast! Dreck! Was ist die Klappe los? Sorry! Das war ich nicht, das war es nicht du. Nee, weil ich irgendwie grad so Smash-Punke-Dings habe. Was auch, ich bin bei dir. Nee, ich war bei dir. So. Au! Sorry. Sorry. Geht er los? Geht er los, oder? Nein! Kacke! Irgendwas hat sich gleich weggeboxt. Das kippisch ich. Sehr schnell. Will ich denn? Nein! Dann ist alles grün, ich sehe nichts mehr. Hallo, Turbse! Ist sie das? Nee, das ist doch eine andere, oder? Oh, was haben wir denn da alles gekriegt? Äh... Nächsten warten von mir. Nächsten warten von mir. Nervig. Mit einer Gardehobe. Hatten wir ja schon. Äh... Ne Gartschomp. Oh, Knack-Krack. Sehr gut. Sinno müsste dann auch fast fertig sein, ne? Ja. Pop-Omp. Und noch ne Pac-Man-Ding. Geh mal kurz in den Shop. So, du willst gucken, was da noch so ist, ne? Hm. Ach, na, deswegen hatten wir ja zu wenig. Du warst doch nach unserem Goldrausch nochmal im Shop. Weißt du? Hä? Ja, du hattest doch, nachdem wir heute gespielt hatten nochmal... Ach, stimmt ja. Ich war noch mal. Stimmt. Wir waren auch 2000 oder so, sind da auch draufgegangen. Deswegen... Na, du denkst nur, wie viel das dann ist, wenn wir anfangen die Amiibus zu trennen, und die kriegst du auch noch massenweise. Oh, ich... Was denn? Ich musste meinen Namen doch noch da einstellen. Was ist denn? Ah. Okay. So. Voll das Ding her. Voll den Pott. 38.000 haben wir heute alle, Leute. 38.000. Es dauert ne Weile. Dann gucken wir durch die Trophäen, also durch die Vitrinen. Was wir da alles haben? Was uns fehlt, genau. Oh, 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 oh. Entschuldigung. Wir dürfen uns natürlich nicht selbst wegsmachen. Wär blöd. Ja. Oh, Yoshi, komm zurück, komm zurück. Das ist halt so mies immer. Wo bist denn du? Ich bin gerade dabei, die Kisten kaputt zu machen. Warte, komm klein. Jetzt geht er los. Ja, hau mich noch. Entschuldigung. Komm zurück, Yoshi. Oh, da drüben turmt sich das Bild schon, ne? Ja, ich hab's gesehen, aber ich konnte halt nicht. Pass auf, Blitz. Ja, ja. Mit Yoshi kann ich den irgendwie besser auswählen, als mit Bowser. Ja, Bowser hat halt die Pflaumen. Ja, Yoshi ist halt extrem flink im Vergleich. Ich wollte den Schuss halt zu Ninja wechseln. Oh, 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 oh. Oh. Ich hab halt ne ganze Weile mit Bowser gespielt, und wenn du jetzt mit Yoshi auf einmal wieder spielst, das ist ein übelster Unterschied, ey. Ich muss mich erst mal an dieser Flinkheit von Yoshi wieder gewöhnen, weißt du? Oh, war ich das zu beleid? Ne, ne. Ja, ich bin schon dabei. Jetzt geht wieder los. Oh, mein Gott. Blitz. Nein, 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 nein. Kleine, klappe von weg. Sau, stopp. Scheiße. Verdammt. Fuck, so sollen wir es denn so schnisch laufen, ne? Wir haben vor uns gerade erst angefangen. Also wir haben heute mal, ich sag 50.000, da bin ich auf 40 runter, das war ein Haufen Runden. Und wir haben jetzt gerade erst angefangen, kurz nach halb. Ja, da hinkt ihr nur mehr. Dann was jetzt kurz noch um neun. Also noch nicht lang. Das wird aber wahrscheinlich ein Weilchen gehen. Das wird auf alle Fälle noch eine Weile gehen. Den Ho-Oh haben wir jetzt dazu gekriegt. Ho-Oh, sehr schön. Ähm. Nintendo Scope. Gumba. Schau was Curry hier. Linn. Oh, da ist noch so ne. Baby Luma. Starm. Wefit. Wefit. Nintendox. Und Beat. Aha. Also es wird auf alle Fälle noch eine Weile dauert. Wir gucken am Ende des Streams aber rein in die Vitrinen. Ja, ja. Wenn wir dann fertig sind mit den, also wenn wir die ganzen, wenn wir die ganzen Coins jetzt weg haben. Na, genau. Ähm. Gucken wir dann zusammen in den, in die Profilenschränke. Was ich da dann getan habe. Eine Vitrine haben wir sogar schon fertig. Genau. Eine Vitrine mit Pokémon haben wir schon fertig. Ich weiß nicht auch nicht mal welches Pokémon. War das Kanto? Keine Ahnung was das war. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yoshi, zurück. Oh, ach. Scheiße. Ja. Ich war da drüben weg. Ich wollte gerade noch einen Bummer angschmeißen, aber... Ich glaube das ist, ich bin mit der Ensch, die auf Twitch sowas macht. Kann das sein? Das ist aber cool. Mach es genau mal ein bisschen kaputt. Oh, es geht los. Oh, Blitz, Blitz. Dein Neo. Verdammt. Ah, pass auf. Oh, Alter. Wenn du dich auf die Gang geschleudert hast, ne. Bist du in den Twister geraten. Oh, danke. Oh, nein. Komm zurück. Yoshi, zurück. Verdammt. Der hat einfach eine Schwester. Das ist so ein ungehorsamer Dino. Geht los. Pass auf, Blitz. Ja, ich seh's. Oh. Drenn wir nicht immer so weit zu mir rüber. Ja, ich versuch's ja, aber irgendwie... Yoshi ist schwierig zu kontrollieren. Danke, dass du mir schlägst. Ich wollte dich nicht schlagen. Oh, ja. Komm. Bin dabei. Nein. Oh. Uff. Tetris-System. Oh, Gott. Nein. Oh, verdammt. Wenn man doch einfach nur auf dieser Plattform bleiben könnte. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Los. Du bist schon dabei. Schön. Oh. Oh, 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 oh. Habt du gerade die Bombe angeschmissen? Ja. Ich glaube. Oh, scheiße. Tut mir leid. Ähm. Ja, wir würden dann spiel doch mal online, wenn wir fertig sind. Oh, Elektroball. Und, ähm. Uh. Swerpsi. Swerpsi-Foi. Genau. Äh. Und eine Attacke von... Wuchtbombe. 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 Gucken wir's ja nachher alles mal an. Genau. Ich hab schon ewig nicht mehr Smash gespielt. Das merkst du teilweise ja oft. Ich hab auf 3DS schon gespielt. ja gut Plattform ist aber so klein, weißt du? Das macht mich halt bis in alle, manchmal. Ja, der rutscht doch aber nicht immer zu mir rüber, Mädel. Versuch ich doch! Yoshi ist teilweise unkontrollierbar. Typ ist unkontrollierbar. Ich bin sowieso unkontrollierbar. Das war übelst knapp. Danke! Scheiße! Nein! Oh Gott! Wie schlecht! Scheiße, mach kaputt! Mach's kaputt! Oh, da stehst du bloß rum! Ich versuche den... Der war gerade Bild in einer Kumpel, da kann ich den nicht bewegen. Du musst dir mal einen etwas langsamer Ort heraussuchen. Der ist viel zu schnell. Der ist so viel zu schnell. Hier. Aber hey, ich habe mit dem Ei noch diesen Holzklotz zerstört. Der ist trotzdem viel zu schnell. Ich weiß. Ich glaube, ich werde Link nehmen. Also... Link-Link. Nee, ich tue Link. Der geht halt jetzt vom... Vielleicht nehmen Pit, mal gucken. Ich werde mal Pit probieren. Und... Dark Pit. Dark Pit, halb cooles. Eine Blume. Oh, ein Megaman! Er hat so schon viele frei... Oh, nochmal Yoshi. Wuchtbomba. Mario, Medibike... Was ist denn du? Ach, hier ist ein Megaman. Ja. Megaman X. Das ist neu. Das ist der, der da schnell gefehlt hat. Ja, also vieles haben wir halt schon. Das ist das Problem. Wir haben halt schon vieles freigeschalten durch normale Spielen. Richtig. Und dadurch wird das jetzt ein bisschen schwieriger. So, warte. Ich wollte hier noch wechseln. Äh... Schon mal Megaman. Nee, ich wollte Pit nehmen. Oder nein, warte. Ich nehme Lucina. Der kam sich eigentlich auch mal relativ gut klar. Lucina! Ach, ich will die Amiibo von Lucina haben. Wie lange... Wie lange du damit vorkommst? Also, ich hoff's. Weil ist da alles schon drück her? Klingt das Ohr, Alter. Scheiße. So... G'n der Stabogen hier schon zur Seite, oder? Okay, Schmerkel kraut. Megaman ist dafür ungeeignet. Ja, das hätt's ja aber denken können. Der hat ja nur Fernkampfattage. Oh, Witz. Oh, nicht auch Lucina. Geht halt weg. Es müsste halt einfach nur da reinkommen. Danke! Ah! Kacke! Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Aber manchmal geht's halt einfach nicht anders. 4.500 Karte durch dieses volle Ding gekriegt, ne? Geht halt! Lucina geht ganz schön! Au! 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 Schön! Ich bin tot! Jetzt bin ich tot! Mach dein Teil den Gelben kaputt, wenn es los geht! Jetzt! Da ist ganz schön was liegen geblieben! Ah! Ein Pokeball neu! Vier freigeschalten! Ah! Mother Brain! Pokeball! Meisterball! Meisterball! Und das da unten ist das? Arisha! So auch mal du nicht! Jetzt! Super Sprintarm! Und nochmal... Schwimmkarte von Mii! Aha! Was ist denn das schwarze da gewählt? Ne, okay! Keine Ahnung! Aber im Stream war es nur ganz kurz drauf! Wir sind hier F-Zero oder so gewesen! Hm, wirklich! Okay, in ersten Fall fällt auf mich nicht geeignet! Welts? Ich überleg... Ich brauche irgendwas mit vier Flächenschalten, der vier Schalten macht... auf der Fläche... Warte mal... Wenn du... Wenn du Schalk nimmst? Oder Marth und Ike! Die sind eigentlich auch gut! Die sind eigentlich auch gut! Immer Schulp! Weil die ja wie Lucina mit ihrem Schwert eigentlich relativ gut Damage machen auch! Ich bin unten durchgefallen! Scheiße! Hm... Das war klar! Hm... Ha... Mist! Ab jetzt wird's besser! Ach... Man hofft's doch! Also mit Schalke kommst du nicht da! Ne? Ne... Schalke ist nicht so meins! Los! Gut aufgerallt! Ja! Sehr gut aufgerallt! Was ist... Mach's gelbe kaputt! Ich war mir hier oben mal! Nein! Was ist... Shit! Jetzt! Boah! Ich hatte es doch gar immer so schlecht! Aber ich muss halt noch mit dem üben! Das ist klar! Oh! Blitz! Blitzbombe! Ja! Hab ich's gesehen! Hab ich dich geholt? War ich das oder? Ne ne! Das war die Blitzbombe! Achso okay okay! Also... Nicht okay aber... Besser als wenn nichts gewesen wäre! Oh! Oh! Moment! Wo bin ich? Wo bin ich? Oh Gott! Oh Gott! Hallo! Whitebeard! Was gibt's denn jetzt? Diesen komischen Megaman gibt's noch mal? Oh Xanyas gibt's! Alter waren das viele! Xanyas sind wirklich viele, ne? Schublässerschuss! Oh Xanyas ist neu! Ja! Xanyas ist neu! Was war's? Was war's? Was war's? Das ist natürlich immer Argus! Aus Twilight Princess, oder? Sieht so aus! Sieht so aus! Skyward Sword! Ne Windwaker! Meinst du? Wo es gab eine CD! Toll! Hey! Es gab eine CD! Wuhu! Schalke ist auch nicht so schlecht aus wie du meinst! Ah, Körbser nehmen hier! Körbser! 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 Du kannst ja mal eine Fähigkeit einsaugen! Und dann... Ich weiß nicht, was du für eine Fähigkeit hast! Ja, ich... Mach halt... Schwach! Damage! Toll! Du... Buhuhuhh! Buhuhuhh! Ja, wir haben ja noch eine Chance gesehen, die noch kommen. Also den... Also den Mewtwo sowieso, die wäre schon auch gleich dann... Mewtwo war ja klar! Den wäre schon auch dann gleich zu release holen. Und dann diesen Typen aus Offbauen, den es schon im Melee gab... Den habe ich mir dann... Den blonden, Lucas will wieder helfe. Genau, Lucas ist ja der Klubber. Oh, oh, ich bin noch aufs Hechtenseite. Ja, du darfst dich nicht so sehr an die Bühne stellen. Ja... Ich bin halt schon auf der Seite, bis der schon da... Oh, der ist gut! Körbser ist gut! Oh, kannst du auch noch auch gut! Boah, da hat es mich weggeholt. Wieso kommen denn die immer zu mir? Ich kopf erst abrufen. Aber so ist es fun. Wenn ich mich hinten an die Ecke stelle mit dem Schwarz... Oh, oh fuck. Oh, wo bin ich denn hin? Aber könnt ihr mal in Chat schreiben, was ihr noch für einen Charakter haben wolltet? Also, Martina macht ja gerade die Aktion, dass man sich eine Schau raussuchen kann, den man haben will. Oder anmelden kann, den man haben will. Aber was würdet ihr denn nehmen? Scheiße, das macht euch jetzt zu dumm. Ich persönlich find halt irgendwie noch so Hunter aus Monster Hunter cool. Aber liegt wahrscheinlich daran, dass ich gerade Monster Hunter spiele. Oh, das passiert. Also cool wär's. Und da Monster Hunter jetzt sowieso eher so in der Nintendo... ...Bereich ist... ...wär's ja passend. Weißt du wie? Ja, klar wär's passend. Aber... ...wiss ich nicht. Ich find der Protoman irgendwie geiler. Ich find halt, wenn sie noch ein Pokémon reinnehmen, außer dem YouTube... ...Panfano überhaupt. Panfano oder Clorak? Das war cool. Clorak. Clorak haben sie schon. Oh, Rex Bizarre gab's. Echt? Als Hervor war das viel jetzt. Zeig mal. Äh... Ich zieh nach Schmettern, da kommt er. Aha. Waffen an, Ladehängung. Oh oh. Wurfen, Sox. Bestimmt aus... ...Star Fox? Ja. Rex Bizarre gab's. Rex Bizarre, cool. Und Buhu. Ne, Geist Mario. Na ja, gut, fast. Rinsen, was hat Nintendo noch so viele Spiele, wo man... ...gute Charaktere herkriegen könnte? Ach, die gibt's viel. Die könnten auch... Die könnten auch Fox mitnehmen. Äh, Fox... Ähm... Snake mitnehmen. Oah. Schreib mir grad, hast du Trink eingelassen, Mann? Ja, das musst du vorher anmelden. Da hast du doch gesehen. Gibt's nichts anzumelden. Das hast du gesehen. Das ist gut. Ich komme nicht hin und zurück. Ach, verdammt. Pass auf, da drüben. Oah. Hast du gesehen? Ja, Krotzen. Das war genau. Was auf kommt gleich? Geleros. Nein! Oh, ich fall auch noch runter. Dreck. Das kannst du eigentlich nicht. Schmerze. Ich hab mir noch alles abgeräumt. Er saß mich. Oh. 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 Ich hab alles zwirn, Alter. Na klar, es zwirn sich alles. Na klar, es zwirn sich alles. Von mir, oder? Von mir auch. Von mir auch. So, na bei mir auch. Obwohl ich halt nur starten muss. Von daher. Nein! Danke. Nein! 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 Los! Abruhen! 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 Wir werben, weil wir alle Münzen weg haben. Spielen wir mal online. Oh, delighted und so, warte. Boah, aber noch mehr. Wлушай! Bevor es zu Ende ging. Da! Jetzt! Alles wergeräumt ihr? Alles rhegenatzt. Was gab es hier? Nahrungsmittel, Excited if you like to go to. Tot! Darkставier haben wir schon. Maxi! Die Feuerblume? Eine Feuerblume, genau. Mit den Wurbstern, Aha, ein Ausrufezeichen habe ich gekriegt, du guck. Ach hier, bestimmt aus Paper Mario. Hab ich gut rausgekriegt, ne? Die Kay ist inzwischen auch ne Idee. Ich weiß was er meint. Ja, wir hatten vorhin noch diese großen... Ne, ich weiß was er meint. Ach, mit dem Trommelding, ne? Ja. Und der so auf den Boden klopft. Uh. Oh nein, wieso kommt denn das trotzdem noch zu mir? Ich trebe durch. Ist denn ein Schliff passiert? Ich muss mal kurz suchen. Oh ja, lass mir mal bitte was über. Du hast gleich genug, bin tot. Aber du bist ja wieder da. Als neu gekommen eignet sich dafür wirklich echt gut. Noch irgendwelche Vorschläge? Falls ihr noch Vorschläge habt, dann immer raus damit, ne? Ich bin für fast alles offen. Ich bin für fast alles offen. Lass mich wohl schauen, ne? Nein, jetzt ist das Grün weg. Oh nein, das Grün ist weg. Oh. Oh, ja, Mann, Mädel. Dann geh doch auf die andere Seite, wenn du siehst, dass ich hier auf der rechten Seite bin. Das war ich aber jetzt nicht. Aber du musst dann hier auf die andere Seite bilden. Oh, ja, Mann. Dann gehen wir. Oh. Hol dir das Gäune da. Felken. Felken ist so schnell, das ist das Problem. Das ist das Problem. Brudeln noch mal. Ne Handschuhe. Rückenschild, okay. K.O. TV, Game 15, okay. Ike. Ja, Ike ist ja fast wie Lucina. Ah gut, der ist halt, warte mal, das könnte durchaus funktionieren. Der ist vom Handling her ein bisschen anders. Okay, ich bin so weit. Oh, hier absoluter Rekord. Körbjörn der Sina. 564.000. Aber bloß 25.000 vor uns. Ha, yay. Oh, okay. Gendendorf wurde gerade gesagt. Gendendorf, ja. Ist der eigentlich auch ein bisschen träge? Deswegen ja, aber der macht ja Fashion schon. Ja, gut. Na, na, eigentlich ist es auch nicht schlecht, ja. Mädels, bleib doch nicht, wenn ich anfange, um zu... Ding um. Danke. Ich fahr das nicht. Nö, das war bloß nicht eine Bombe. Äh. Ich, ich hab keine Bomben gemacht. Dann meinst du jetzt das Blitzding. wunderschönen. Ja, das Bolbeteil fällt runter. Stimmt. Hilfe! Hilfe! Der Affe dreht durch. Na, oh, super. Runtergeschoben. Achtung, blitz, blitz, blitz! Ich seh's, aber ich war von der Kumpo drin. Urschub Silber ist da. Echt? Ja. Was? Der ist selber. Er hat es gerade als Noobs bezeichnet, er ist selbst Noob, der Kunde, ey. Ich wollte gerade fragen, hat der noch Smash? Der hat Smash für die 3DS. Ach ne, Frissy ist da! Ach ja! Der Frissy guckt zu, oh mein Gott! Oh, guck mal, wir haben einen Otaru gekriegt. Oh mein Gott, wir haben einen Otaru gekriegt. Willst du schon mal einen Frissy dazuholen? Von mir aus kannst du das gerne tun. Sondern der Frissy nicht beleidigend wird. Moment, Frissy. Kann ich mal den Frissy anrufen, wenn Frissy das möchte. So. Was haben wir denn da alles? Äh, Grave Mina. Captain Falcon. Nicht viel Neues. Ja, was ist denn das Grüne da? Das ist die grüne Ausrufezeichenbox. Das ist die grüne Ausrufezeichenbox, die ich dir auch sagen können. Wahnsinn. Ist ja auf Not als Freunde. Manchmal gar nicht so schlecht. Kennt ihr auch jemanden, der suchtet wie blöde. Der suchtet wie blöde. Echt, du willst denn da? Ich glaube den Fabian. Echt? Krass. Ähm, wir sitzen gerade nebeneinander. Und quatschen nicht über Skype. Ich will jetzt aber gleich den Fabian, den Frissy anrufen. Weil er Bock hat. Kann sich nämlich durchaus auch als Frissy. Aber weißt du, man als Kerne Freundin hat die auch spielt. Mhm. Oder als Nachteil. Wette, wette, wette. Schnauze. Warte, aber eher als Nachteil. Oh, was soll denn das jetzt heißen, hä? Wie man zieht. Die Fresse. Oh nein! Irgendwie hat das Ding kaputt gemacht. Oh, was ist los hier? Und ich dive weg. Was kannst du eigentlich, ey? Ich fresse. Ich muss mich echt wieder an die Charaktere gewöhnen, ne? Das ist so schlimm. Denn? Ewig schon nicht mehr gezockt. Irgendwas passiert? Oh, du kannst nix mehr. Super. Schnauze, ist das so nicht richtig? Mach du aber das Tisch kaputt jetzt hier mal. Hab ich doch schon. Ich muss mich nur bohren. Uff. Entschuldigung, ich musste mich versuchen zu retten. Hat der wunderbar funktioniert? Oh nein! Da drüben! Kacke! Alter, wie ich das noch gerettet hab. Nein! Nein! Oh, du musst mich auch dazu jetzt. Hä? Oh, was... was gab's denn alles? Ah, 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 ah... Haben wir die nicht schon so schickte? Groß scheint. Mhm. Bei manchen Sachen fragst du dich, wo die herkommen, ey. A haben wir keinen Gamecube-Controller und B haben wir nicht mal so einen Adapter. Heißt du, selbst wenn du? Ruf mal Fabian an. Versuch's mal. Vielleicht ist der gute hier da. Den Hund. Oh, entschuldigung, komm schon jetzt gleich den Blödsinn rein. Uh, der Fabian ist da. Oh. Ach ja, den hör ich ja jetzt nicht. Ach so. Der ist eh nicht da. Ach so. Ich komm gerade die Mailbox. Ach so. Die Mailbox? Die Mailbox. Ach, ist das schon mal am Handy, oder was? Der hat doch Skype auf Handy. Nee, wirklich. Das meinte ich doch jetzt. Ike kann sich halt nicht so gut retten, ne? Das ist doof. Das ist halt Ike, ne? Was ist denn das jetzt? Hey, das ist das Spike. Ike ist gerade immer so schlecht. Oh, Mädel! Ich... Ich... Ich bin so... Gott sei Dank fett genug, dass ich hier nicht weit fliege. Ich... Das stimmt allerdings. Ja gut, mein Blitze schon. Äh, häufig wird wahrscheinlich bloß zu Mech kommen. Oh nein! Boah, weggeflogen. Scheiße. Scheiße. Boah, was ist denn das? Och. Okay, Fabian, ich spiele gerade Bloodborne und kriegst gerade Bildgras. Ach. Man kann ausweichen, nicht nur flüchten, wurde dir gesagt. Wie denn? Es ist schon so lange her. Na, einfach rollen. Ja, mach ich ja. Na, aber wo ist denn das Problem? Ja, suchen sie denn nicht? Na klar, einfach... Ne, irgendwas muss mit den... Einstellungen am Controller nicht mal so ganz hinfahren. Rechter Schulterknopf und dann rollen. Ganz einfach. In die Richtung, in die du rollen willst. Eigentlich voll easy. Ach, so wie ich das mit Yoshi gemacht hab. Ja, zum Beispiel. Ach, Frauen. Ah. Hey, weißt du wie lange das her ist, was ich Smash gespielt hatte? Schon alles... Ach, unfassbar lange her. Wir gehen auf 15.000 coins runter und nicht auf 0. Sicher? Sonst sitzen wir hier noch 3 Tage. Oh, ja, wenn du nicht immer diese Bomben... Scheiße. Ah, Donkey Kong ist ja nicht mein... Schmeckt auch das was ich magse, ey. Ach. Ach. Geht einfach nix. Das war klar. Ich versuch mal deine... Dings mit wegzuhalten hier. Für die Zeit. Danke. Ja, was? Ja, was? Was ist das? Wenn du noch volles Shit hast, kannst du die Blitze auch abwärmen. Das hat bei mir bisher nie funktioniert. Nur mal so zur Impfung. Echt? So schlecht für dich? Ja. Hier. Oh! Siehst du? Und dann werd ich weggeschubst. Dann bekomm grad ne Bombe. Schnell, 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 mach alles kaputt. Schnell, 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 schnell. Ich versuch's! Oh. Grasbüschel. Toll. Grasbüschel. Hey. Sonst noch was Neues? Ne, momentan nicht. Oh, eine Banane. Oh, eine Banane. Oh, eine Banane. Boah. Ja, wenn das Team hängt, liegt das dann leider nicht an mir, sondern an euren Internet-Einstellungen, weil ich hab ja schon die Qualität aufs Minimum oben geschraubt. Also aufs Minimum, was halt noch halbwegs akzeptabel ist. Deswegen. Da kann ich schon halt auch nix machen. Bereit, los! Boah! Nein, klar! Wie, wie ist denn denn in Heft geflogen, ey? Au! Oh, schön! Noch in die Bombe rein! Oh, schön! Vorsicht! Ich sag's unten noch, ne? Ja, Vorsicht! da kam schon der schlauch von dir schade nein wir spielen doch nicht mit nanschalk wir spielen mit mit pro controller keine neue neue echt kurz draußen mal in den shop ja dann kannst du ja vielleicht doch schon mal in die vitrine gucken wie wir noch haben genug guck mal in die vitrine genau so freigeschaltet das stimmt auch von starhawks rhodon also garabat match schon höher seid ihr alle viel besser als ich ja Oh! Äh, Crodon... Fangen wir gleich mal von vorne an. Genau, fangen wir bei Z1 an. So. Was gab's noch? Oh! Oh toll, ein Fußball! Ein Fußball! Da. Nix. Schützen. Oh! Oh! Sehr schön! Gucke mal einer an! Das ist jetzt schon unsere zweite Vitrine, die voll ist. Schade, da fehlt noch eins. Oh, eins fehlt noch. Dafür noch ein paar mehr. Oh! Ist nur bitter, wenn noch einer fehlt. Das ist einfach so deprimierend. Oh! Da auch nur einer. Verdammt! Oh ja, so viele, wo halt nur einer oder so fehlt, ne? Nichts. Nichts. Oh! Auch nur einer. Gar nichts. Sehr schön! Oh, wunderbar! Wunderbar! まず ist Japanerpray. Die hafstand lange! Die wegschraube. Die wegschraube. Die wegschraube. Oh, da fehlt immer noch einer. Pokémon könnten auch ganz gut sein. Bis jetzt. Haben wir auch schon sehr, sehr viele. Hust der Wolf. Mr. Fox, Hust der Wolf. Toll. Trauer geworden. Yeah. Ach, hier ist ein... Na ja, gut. Wer fehlt denn da noch? Viele wahrscheinlich. Oh. Ach, da kriegen wir einen Pokéball und da haben wir das geschafft. Ist auch klar. Den normalen Pokéball. Denk dran, wir haben noch irgendwo einen Meisterball. Ich gehe mit dem Asurto. Ah. Sehr schön. Hervorragend. Die hatten wir schon. Hast du, was wir geschafft hatten? Ginten aus Höhen. Ja, Kyokre und die... Nee. Die Go... Die Golems? Ja, was könnte es denn hier sein? Deoxys, Grodon... Stimmt, Deoxys. Hierarchie, Kyokre... Na klar. Die Ochsys, Hyrarchie, Kyokre... Na, einer fehlt ja dann noch. Ach, und Haikfaser. Na klar. Haikfaser noch, genau. Sehr schön. Uh, geschafft. Der fehlt denn da noch? Keine Ahnung. Von euch irgendwann eine Idee? Ohne zu googeln. Ohne zu googeln. Ohne zu googeln. Ohne zu googeln. Das kann ja jeder. Hä, wo ist noch Xernias? Keine Ahnung. Das ist doch komisch. Stimmt, wir hatten Xernias freigeschalten, ne? Hm. Sehr schön. Wie? Da finden ich mal viele. Oh. Da fehlt nur noch drei. Oh, eins auch. Das läuft bei uns hier. Das läuft bei uns. Oh. Auch fertig. Nix. Animal Crossing. Na gut. Ob ich die Fahrtschaff oder nicht, ist mir egal. Mhm. Oh Gott. Wie gibt's denn davon, bitte? Haha. Punch out. Okay. Schalke und seine Freunde. Oh. Retro. Boah. Whitebird hat 64 von 79 voll. Oh. Haha. Aber von 79. Das heißt, wir haben ja schon mal alle Vitrinen. Ja. Das ist schon mal ein Anfang. Oh. Da fehlt auch nur noch einer. Oh. Ich muss noch typisch alle voll haben, weißt du? Nee, schade. Aber bei Sony kam auch typisch alle voll. Meinst du? Ja, ich spüre. Ah, schauen wir doch nicht. Hm. Hm. Alter, der hat noch so einen grünen Sonic. Eine schon, ne? Boah. Da fehlt immer noch einer. Da auch. Ach, ja. Schön. Was ist denn Xenia das denn? Keine Ahnung. Edmund, der hat sich illegal gemacht. Scheiße. Hehehe. Weischt weitermachen? Ja. Oh. Ähm. DERM mejchen. Wo Hai! Er geht Move mit einem Ministrisel! zwei von Nussout. Okay, die nächsten 10 Betriebe kommen mit Lukas und dann mit Mewtwo. Oh, Leute. Übertreibt halt. Ach, es bockt halt. Diese Trophäen zusammen mit Besuch. Ding tun es dir eigentlich nichts. Ja, es macht halt Spaß. Danke. Ja, schön. Sorry. Wissen wir, wer es nennt? Nee. Ein bisschen Koma. Komm, hier das gelbe Ding da. Hallo. Ja, ich wollte nicht an dich springen. Das Retten ist mir ein bisschen doof bei Ike. Willst du bitte wieder drüber? Danke, Gersu. Das ist die Froschschenkel. Oh Mann. Das gibt's doch nicht. Oh. Wisse, ich seh halt auch teilweise gar nicht mehr durch, ne? Merkt man nicht. Das ist nicht gut. Schön. Da kam noch ein Ball. Und ich spring genau drauf. Hast du's nicht gesehen? Oh. Junge. Äh. Äh. Das ist da jetzt halt auch mal kurz. Mann. Witz. Bis bald. Hallo, Manu. Ich hab meine Steuerung nicht umgestellt. Ja, ich glaub meine ist auch nicht so ganz in Ordnung. Oh, da kommt aber auch nichts Neues groß drin. So, na ein neuer war da. Uh, Steampunk Outfit. Toll. Hm. Für dein Mie. Willst du mal bei der Steuerung gucken? Ja, du musst halt umstellen. Achso. Ja, wieso? Oh, hol mal einen Karten. Muss man auch über 10.000 schaffen für zwei Trophäen. Was? Oh. Was nimmt das irgendwie lieber? Geht schneller? Was machst du denn, du? Entschuldigung. Oh. Entschuldigung. Oh. Seine Scheiße, weißt du? Ja. Oh. Ja. Oh, du hast schon fliegst wieder runter. Ach. Äh. Doch, Manu. Wir wollten eigentlich noch gegen Zuschauer spielen, aber wir wollten erstmal noch ein bisschen hier Trophäen farmen. Und ein Einspiel... Ist nicht alles schon weich hinher. Ich kann es nicht oft genug betonen, es ist alles schon weich hinher. Los, fall runter! Also, die Bombe war nicht... Oh. Danke. Ja, entschuldige! Ich mach das nicht! Das war nicht schwierig, das ist komische Blitzdingst. Geblitzdingst. Dreck. Sieben Zuschauer mit Smash. Ohne Ankündigung. Ah, Poponcho. Ist nicht Poponcho? Ah, hier ist Poponcho. Oder? Ne, das ist Poponcho. Poponcho ist das. Ach, naja, dieses Poponcho 4 halt. Wer hat Lust zum Einwärmen. Aha. Niemals. Nicht du. Da brauchst du gar nicht gucken. Vor 24 Uhr ist das nicht. Ich weiß. Katze! 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 Regieren des Internets. Nein, Katze regieren dein Internet. Das ist... Eigentlich ist es. Dann müssen sie das doch eher Pornos. Wir müssen das Katzen. Oh! Das Wursteln. Ey, ich... Ich glaub dann doch lieber Lucina. Genau, weil die auch Wasser ist. Wer soll das jetzt helfen, ne? Auch nix. Oh, danke! Entschuldigung, Mann! Du hast mich auch grad irgendwas runtergeschmissen. Es ist Wache und so. Wache ist Blutwurst. Was ist denn das? Was ist hier los? Danke! Hallo, wie gesagt, das... Oh, das mach ich ja nicht mal mit Absicht. Nein, hättest du so gesagt. Nein, ist so... Einfach so! Wie ist der Scheiß? Kann ich aber wegwedeln, ey! Das ist nicht bloß ein Frosch vorbeifliegen. Du bist ein schwarzer Fleck am Hintergrund. Und tschüss! Was? Oh! Nein! Ach! Nein! Toll. Das fällt mir auch selbst rum. Hast gesehen? Das grün ist recht abgefallen. Ja! Ach! Ach! Oh, die Twitch-Ender! Oh, Toll! Ähm, wo war's Neues? Nee! Gar nix Neues! Gar nix Neues! Also... Ne? Deswegen diese sarkastische... Oh, Toll! Warte! 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 Ich muss noch einen Schluck trinken! Sie können starten! Ja! Ja! Grüner Freunde! Schatzgrün! Ne, Schatzgrün! Ne, Schatzgrün! Du hast doch kein anderes Problem im Haar als ihr Outfit! Ne, ich verstehe! Nicht jetzt gerade! Ich hab dich hochkatapultiert, hast du gesehen? Ja, Schatzgrün! Hab! Stopp! Ja, bei mir kam da so'n Blitz-Ding! So'n Blitz-Fiesch! Ich war... Ich war das jetzt nicht! Du kannst die Schuld nicht immer auf mich schieben, ne? Mach ich doch gerne! Auch meistens! Das ist mir bitte auch noch! Au! 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 Das war Klau! Mit 113%! Oh! Oh! Mensch, bitte! Och, Scheiße! Pass auf! Soviel dazu! Soviel zum Thema! Pass auf! Ja, so viel dazu. Oh, Lavadas. Moltres. Wir lauern noch irgendwas Neues. Ach, hier der Metroid. Und Lavadas, ne? Heißt Arctus und Zapdos kommen noch. Habe ich wunderbar kombiniert, ne? Oh, die Meta Knight Maske. Oh. Meta Knight. Sehr ruhig. Jetzt. Sicher? Ja. Sicher? Ja. Willst du echt bis Null spielen? Hä? Willst du echt bis Null spielen? Bis 15.000. Achso, gut. So, das Outfit ist schon schön. Und Abflug. Genau, da kann man was runterfallen. Richtig. Aber muss halt auch glänzen. Ja. Perfekt. Hm. Tschüss. Ja. 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 Was neu, was neu, was neu, was neu, nix neues. Nein! Oh, da war es haltbar so toll. Was heißt denn für Grinja? Wechselschritten. Weil sonst nichts, gar nix. Blöd. Sehr gerne mal die Personalisierung, die wir probieren. Na, lass doch mal. Oder wenigstens mal angucken, was das ist. Ähm... Warte rum, wo die... ...Option... Ne, war schon, muss das... Neee. Fatsch. Musst du vielleicht ins Charakter? Ne, Charakterstudio ist das eigentlich, oder? Doch, vielleicht schon. Ne, na klar, tot. Äh, wo ist denn? Ja. Jetzt suchst du den. Warte. Hm, 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 hm. Ah, hier. So. Genau, du machst das. Ich trinke dir dann mal einen Schluck. Entschuldige. Entschuldige. Cool. Krass. Du kannst sogar Farbe gleich mal ändern. Farbe? Oder? Gibt es, ne? Gibt es aussehen? Gibt es aussehen? Naja, mit er und er. Ja, das du. Lucina. Ja, das bist du gerade, ne? Ach so. Ich weiß noch nicht, ob ich für dich irgendwas hab. Du musst bei Spezial rein. Du musst bei Spezial rein. Du musst bei Spezial rein. Was machst du denn? Das ist doch nicht. Mensch. Oh. Oh, tue. Runter. So. Ne. Doch, hier. Genau. Ja, und hier den dritten. Neun. So. Aber das geht jetzt nur für dich, oder? Keine Ahnung. Guck einfach mal. Ja. Die Träume. Ah, darum, woher die Träume bin. Kupin Aaaaah Er war Kupin Schöön! Oh, ist sie schon weggeholt! Ja klar! Oh, ist sie weggeholt oder was? Spät, halt dich! Ich bin in Ruhe. Ist das so? Oh, was ist denn? Ah, die wurde plötzlich weggetragen. Hä? Wieso springt die? Jetzt springt sie. Wunderbar, toll! Zieh sie dazu. Oh, Entschuldigung. Ja, schön, danke. Wie gesagt, Entschuldigung. Fünf, vier, drei, vorbei. Oh, eine neue. Was denn das für eine Eierbombe. Oh, das ist doch eine Eierbombe, oder? Kann passieren, das ist die komische Rakete. Ja, die komische Rakete, dachte ich, wäre das. Na? Drei Mashes noch, oder? Ich habe schon mal vergessen, eine Steuerung zu stellen. Ich habe bei mir die Namen drin. Guckst du mal? Ach so. Oh. 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 Dankeschön! Dankeschön! Wir sollen uns nicht gegenseitig kennen, sondern die Dinger hier! Unsere Plattform! Ja, toll! Weil die Plattform eigentlich keine Optionen ist zu gehen! Danke! Oh, entschuldige! Ja, ja! Du kannst schon auch Kills holen! Das ist gar nicht wahr! Also, das ist vielleicht schon wahr, aber das war nicht meine Absicht! Oh! Nichts Neues! Das hat doch irgendwas für Lucina, ist glaube ich neu! Was ist das? Das ist das! Okay, versuch mal! Ach so! Das ist wieder ganz normal, oder? ja oh nein ich habe Glück gehabt das ist mir ein bisschen ungünstig geschoben ich würde dich niemals irgendwo hinschieben nein ich würde dich gar nicht abschieben niemals aber trotzdem noch ganz gut abgeräumt pass bei dir auf so tot oh was machst du jetzt bist du ja dann gibt es noch einen Schlauch und dann blitz gut ist mir leid du bist ja nicht du bist mir sehr wohl nein nein oh pass mal bei dir der Turm da oh weißt du Turm ist gefallen genauso wie ich ne oh oh gerade noch so diese Personalisierung da gekriegt das grüne oh alter manchmal ne oh ein was ist das denn Steinmario ja das drüber so eine Box Kämpfer von Dings ach ach Gott das ist doch nicht jetzt alles da gab es schon irgendwas für das Szene ja ich weiß interessiert mich aber nicht ja ich habe gerade gelesen dass Egg Slash Fall vielleicht was zurück ins O ja zurück ins O O kommt oh nein wieso das denn bereit los da habe ich einen neuen Ball-In-Vorschlag für dich Egg Slash für die DDR ja Egg Slash reinzunehmen wir halt auch tun da hab ich noch drei steuer pokémon drin naja nimmst du eins heute raus kann ich ja ne kann ich ja ne kann ich einfach na guck mal hier dran kann ich raus holen ne 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 ich möchte mich klar von diesem Vorgang dessen sehen wie ist es überhaupt weiß ich doch nicht jungen spätestens ist das im Chat hier ne du hast einen gezählt ach so ja die Uhr ist ja ja die Uhr ist es genau wo mein Bildschirm ist vom Video ich weiß ich weiß von dem Video komm Oh, wir dürfen uns nicht gegenseitig ins Ause hauen! Merkst du das mal? Was? Ich hab da nichts zu tun. Ich hau hier auf die Münze nicht auf. Und... Lass mich von diesen komischen Blitzkuchen treffen. Ach du, Jo? Ja... Das schafft er nie. Die Kleine, das schafft er nie. Ähm... Ich guck mal, wie spät es ist. Oh, schon halb elf. Ah, ich kann ihn ja auch gucken. Nix neues, ey. Oh, du hast flotte Sontalen gekriegt. Was hab ich? Ach so. Sontalenflott. Chat. Ich hab keine Ahnung, wo dieser grüner Sonic hin ist. Der hier. Den hab ich schon da gekriegt. Komisch. Kawunkis. Kau. Kau. Ah, Leute. Soll ich das? Ach ja, ich glaube, er war eh offen. Ach so, der hat bloß gespielt. Dieser Fenster eh erhofft. Bereit, los! Immer! Oh, fuck. Off. Zu viele Kabel. Toll, zu viele Kabel. Ja, natürlich bin ich hier mit meiner Hand verheddert. Sieben von zehn, too much Kabels. Nein, sieben halten zu. Gehen wir doch wieder auf deine Seite. Ja, ich geh auch schon. Frauen. Ihr könnt übrigens mal, wenn ihr wollt, im Nintendo Network B-Monster ein... Das ist praktisch so wie der Chat hier. Also wie der Stream hier heißt, der Account-Name. Dann müsstet ihr mich eigentlich finden. So, du weißt ja, wenn es hier los geht. Genau. Nein, 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 nein! Noch. Oh, wie er alles verkummt, Alter. Oh, was war denn jetzt los? Jetzt ist doch nicht. Alles scheiße. Oh, Risch. Oh, das war Nix. 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 Das war Nix.